Moin, Freddy hier und heute gibt es ein Review zu Warwick Moonboots. Moonboots sind 70 mm groß und haben eine Contact Pad von 46 mm. Der Core ist Side-Set und die Rolle hat runde Lippen. Das Stain ist 78A weich, also für eine Freeride-Rolle relativ weich. Es slidet aber enorm einfach und sehr butterig und weich. Im Laufe des Lebens der Rolle bleibt der Slide eigentlich immer relativ gleich. Das heißt, ihr bekommt nicht irgendwann einen Slide, der ziemlich icy ist oder auch unkontrollierbar, sondern die Rolle wird wirklich bis zu den letzten Metern immer schön butterig und kontrollierbar. Hält deutlich länger als beispielsweise bei Old Fiberflex. Das Stain ist ein anderes. Hält ungefähr dreimal so lange. Das war jetzt so mein Eindruck von der Rolle. Und was auch noch cool ist bei der Rolle, ist, dass sie auf den verschiedensten Bodenbelägen ziemlich gut slidet. Also ich bin viele verschiedene Straßen auf den Rollen gefahren und ich hatte nie das Gefühl, dass die Rolle irgendwo zickig ist oder sehr grippy ist, sondern konnte eigentlich überall ziemlich kontrollierbar mit den Rollen sliden. Der Preis von knapp über 30 Euro ist auch unschlagbar. Die meisten Freeride-Rollen, die derartig viel Spaß machen und so lange halten, kosten deutlich mehr. Da seid ihr schnell mal bei 45 bis 50 Euro. Das sind für die Leute, die weniger Geld ausgeben wollen oder die einfach einsteigen wollen und nicht direkt zu viel investieren wollen, die Moonboots auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber auch für fortgeschrittene Leute, die einfach mal was Neues ausprobieren wollen, sind die Moonboots auf jeden Fall zu empfehlen, eben weil sie so gut sliden. Und das auch bis zur letzten Zeit. Ja, wenn ihr Moonboots mal testen wollt, sprecht mich an. Vielleicht sehen wir uns ja mal beim Skaten. Ansonsten könnt ihr bei Pre und Longboards auch immer mal wieder eine Testfahrt auf einem Board machen in Berlin. Da werden die Rollen bestimmt auch mal an einem Testboard sein. Ja, das war's von mir. Viel Spaß beim Skaten. Swag YOLO. On a Zillian. Hashtag Lisa. Oh my God. Zedolo. Das shit hurts my heart, man. Dude, das shit will taste like cooking. Fucking soap. Was wrong. These ass. Shit. Yeah, this is what I be doing on that. Yo, Orlando Magic warm-up suits and black shacks. 95, younger Bronson on the fast track. To Blast Cat, now I'm looking past that. I want the cash back higher than the Nasdaq. I put the work in the downtime, I'm cooking lamb. A thousand touches in the air like it's Aretha Jam. Aretha Jam, you better hurry up. or is the forest lit a motherfucking whistle TV. Peking duck and large liquor boots cover. Smith Valley, smoke cigars just like a new father. You'know the motto. Jack it to the knee. I can't help it from my feet. I had to tap into the P-lord, Airshifter? Airshifter. Airshifter. Ne. That. Untertitelung des ZDF, 2020